Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 7. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1038 und heute habe ich gefühlten, ich weiss nicht was, wievielten Hochzeitstag. Ich beginne heute mit Tier, gehe dann zu Audacity, Ardour, AAT, QNAP und eSIM. Ich starte mal, wie gesagt, mit Tier. Die haben jetzt laut verlauten lassen, dass sie ein Teil von Google Maps, also genau gesagt der Routenplanung unter Google Maps geworden sind. Die beiden haben sich geeinigt und ab sofort kann man, zumindest in gewissen Städten in Europa, wenn man da unterwegs ist, beim Gang zwischen A nach B oder auch eben Nichtgang, wenn man dann vielleicht sagt, ich möchte nicht den Bus nutzen, sondern irgendwie zu Fuss gehen oder was mit Rollen, dann zeigt einem eben Google Maps Tierprodukte an. Mit Tier meine ich natürlich die E-Scooter-Geschichten. Und das Ganze geht zum Start, zumindest mal, in elf grossen europäischen Städten. Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main, alles deutsche Orte. Dann Wien, auch Zürich ist mit dabei, das werde ich auf jeden Fall mal anschauen. Oslo, Stockholm und Helsinki sind zum Start mit dabei. Bin mal gespannt, wie schnell das ausgebaut wird und welche anderen Anbieter da noch nachziehen wird. Seit einigen Tagen ist es in vielen Medien. Wir haben zum einen Sommerloch, wir haben aber auch eine Open-Source-Software, die von einer Firma gekauft wurde. Da habe ich schon im Frühjahr darüber berichtet und gesagt, das könnte noch lustig werden, wenn dann eben, ja, mal alles ein bisschen anders geht. Und jetzt ist es soweit. Zumindest hat Muse, die Audiospezialisten, welche das Outer City übernommen haben, die App angepasst. Oder wie gesagt, die Nutzungsbedingungen der App angepasst und zwar an die Nutzungsbedingungen, die sie auf all ihre Apps haben. Also somit nichts in dem Sinn, ein Anführungsloszeichen, Verrücktes oder eben doch, das muss man selber wissen für sich und oder entscheiden. Auf jeden Fall wurde es ziemlich unschön kommuniziert. Zum Beispiel wurde ihnen ganz einfach gesagt, dass man, ja, quasi Daten erfasst, die an Behörden gehen könnten. Und da haben sie nachgereicht, dass das eben nicht generell passiert, sondern für den Fall, dass die Strafverfolgungsbehörden sie anfragen würden, dass sie dann natürlich die Daten ausrücken täten. Ja, lieber hätte man natürlich eine Software, die nicht nach Hause funkt, aber da ist halt heutzutage, vor allem wenn es im Bereich Technik, im Bereich How-to funktioniert das Ganze, also wie funktioniert das Ganze etc. Da wird natürlich sehr viel getrackt, muss da aber teilweise auch sein. Und solange das anonymisiert passiert, auch kein Problem. Denn ein App-Entwickler möchte natürlich auch feststellen, wird die App so genutzt, wie ich sie möchte, also wie ich das gedacht habe, oder muss ich da noch irgendwas verbessern am Ganzen. Definitiv hat es aber einen komischen Beigeschmack, da eben logischerweise neben Sommerloch halt auch die ganzen Open-Source-Community in die Steigbügel gestiegen ist, als das Ganze rausgekommen ist. Und eben teilweise auch zu Recht, weil alles, ja, schwierig, schwierige Geschichte. Wer sich bei Audacity nicht wohlfühlt, der kann zum Beispiel umsteigen. Und aktuell ist Ardour ein Produkt, was sich in die Breschen stellt, auch eine App, die unter anderem auf Windows, Mac und auf Linux funktioniert, also gleiches Prinzip, aber nicht kostenpflichtig ist. Die App unterstützt auch MIDI und hat noch ein paar andere Geschichten, wie zum Beispiel ein Support für spezialisiertes USB-Audio-Interface-Zeugs. Also es ist eine kleine DAW, die ein bisschen umfangreicher ist als Audacity. Die kann man sich kostenlos runterladen. Nach zehn Minuten Aufnahmezeit kommt einfach nur noch Stille ins Projekt. Also die Daily könnte man damit ja locker aufzeichnen, dürfte in den meisten Fällen aufgehen. Wer dann aber mehr nutzen möchte und die volle Version, nicht nur eine Demo-Version nutzen möchte, der kann dann in ein Abo-Modell umsteigen. Jetzt denken viele, uh, ja, nicht schön, aber das Schöne daran ist, man kann zwischen 1 und 50 Euro pro Monat zahlen. Also der Kunde wählt selber, wie viel er dafür zahlen mag. Wem das nicht so passt, weil eben Abo-Modelle, der kann auch einmal Kauf machen. Für all diejenigen, die unter 45 Euro bezahlen, für diese Einmal-Lizenz, bekommen nur eine Einzelplatz-Lizenz und Wartungs-Updates spendiert bis zur nächsten grossen Version. Wer über den 45 spendiert, also einmalig bezahlt, der kann dann die App auf mehreren Rechnern nutzen. Und ja, das steht nicht, ob die Updates auch länger kommen werden. Das muss man sich anschauen. Und dann muss es natürlich einem auch eben die 45 Währungseinheiten wert sein. Das kann jeder für sich anschauen. Weiter geht es mit dem ATT, Apples App Tracking Transparence. Die Geschichte, die Apple mit iOS 15, respektive iOS 14 und Komma irgendwas gestartet hat, mit der Möglichkeit, dass ich sagen kann, nee, Facebook, du darfst mich zwar in der App tracken, aber nicht ausserhalb. Und alle anderen Apps natürlich auch. Google und Co. lassen grüssen. Die Möglichkeit hat soweit das Ganze eingeschränkt, dass noch ein knapp ein Drittel, nicht mal mehr ein Drittel der Nutzer gesagt hat, ja, Apps dürfen mich auch ausserhalb tracken, was ich gut finde grundsätzlich. Und das hat dazu geführt, dass jetzt am Anfang zum ersten Mal weniger ausgezahlt wurde an die App-Betreibenden. Denn es seien anscheinend einige Werbetreibenden weggeblieben. Das hat das Wall Street Journal herausgefunden oder Recherchier besser gesagt. Zum einen ist der Umsatz um ein Drittel gesunken, die Werbeausgaben in Richtung Apple Apps. Aber dafür sind sie auf der anderen Seite bei Android nur um 10% gestiegen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt am Anfang einfach so ein Ding ist, weil einige Firmen sich gesagt haben, keine Daten mehr, ich will nicht. Oder ob sich das auch wieder regelt. Ich könnte mir eher Zweiteres vorstellen und dann auch mit ein bisschen weniger Daten, aber bewusstem Marketing könnte das Ganze dennoch funktionieren. Weiter geht es mit QNAP. Und ich habe gerade erst von einem anderen NAS berichtet, dem WD-NAS, was wir in der letzten Woche in der Folge hatten. QNAP hat auch grösseren kritischen Fehler bei gewissen ihrer NAS-Produkte. Das passiert in letzter Zeit leider immer wieder, also in den letzten drei, vier Jahren bei QNAP. Und deshalb sollte man da vorsichtig sein, respektive sollte man halt die ganzen Updates schnell installieren, wenn sie mal kommen. Und mein Tipp da ist auch, wenn ihr irgendwelche Funktionen und coole Zusatz-Apps etc. auf diesen NAS-Geschichten aktiviert habt und die nicht wirklich braucht, deaktiviert sie lieber als offen zu lassen, denn all die Dinger können natürlich Einfallstore sein, im schlimmsten Fall. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Klick- oder Lesetipp. Auf dem Pogipsi.ch-Blog habe ich einen Beitrag geschrieben zu eSIM in der Schweiz, Sunrise, Swisscom, Salt & Co., wo da der Stand aktuell ist, was da aktuell möglich ist, wie viel man zahlt für einen Wechsel und so weiter. Das habe ich versucht, in einem Beitrag zusammenzufassen. Ich hoffe, euch damit ein bisschen eine Hilfestellung geben zu können und würde mich da natürlich auch Feedback freuen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.